Oh, ich hab übelst Angst gehabt gerade, weil... Ich habe meine Einstellung gerade angeknallt, also ich habe jetzt gerade zu laufen schon. Ich schneide dann einfach das Unwichtige raus und ich will gerade aufnehmen halt und dann wird ja das Bild angehalten. Und ich bin direkt, instant, erstmal schön neben einem richtig fetten Gegner. Lol, wo bist denn du jetzt? Ich bin jetzt ungefähr mittig, ich kann aber links oben kommen, wenn du möchtest. Rechts oben, ja. Rechts oben, kein Thema, wir sind dabei. Ah, das könnte aber eine ziemlich enge Kiste werden, weil rechts oben ist ein kleiner Boy, der ziemlich groß ist. Ne, aber passt, passt, okay. Ich komme. Rechts. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Ja, sehr gut. Oh, er wird wieder, er wird wieder von jemand anderem bedrängt. Komm wieder hoch. Ja, genau. Läuft. Ah, da bist du ja. Ja, klar. Soll ich dich kurz hochfieden? Warte kurz, erst kurz meinen kleinen Teil. Jo, klar. Warte. Warte. So, jetzt fied er mich gleich wieder hoch. Warte kurz, ich bumse ihn kurz. Lass, lass, ich fied dich, ich fied dich. Lass, lass, lass. Ganz gechillt hier. Fied mich mal wieder so auf. Oh, warum, warte. So. Na. Mach. Hier, ich habe nichts davon bekommen, du hast alles wieder selber. Warte, warte, warte. Bleib doch einfach kurz, ja, nice. Go, go, go. Feed me. Bag my stuff. So, das war es, glaube ich, ungefähr. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Warte, 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 hier. Wen können wir da knallen? Gar keine. Nee, nicht teilen. Du kannst dich nicht teilen. Nee, nein, wen wir knallen können. Ja, ich weiß. Ich habe erst überlegt, ob du dich teilen kannst, um den da vorne zu pressen. Nee, 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 nee. Und dann, weißt du, um dann den anderen, aber dann wärst du wahrscheinlich ... Das hätte eine Inder-Überraschung gegeben. Oh, 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 lol. Der spreadert. Nein, nein. Oh, 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 oh. Geh weg da, geh weg. Ha, weg. Nein, Eskalation. Nein. Hau ab. Ich glaube auch. Oh, 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 sowas von Lack. Oh, richtig Lack. Oh, richtig. Das war episches Glück. Oh, shit. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Ja, wir müssen vielleicht runterlaufen. Das wäre auch, fuck, da ist ja. Oh, 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 oh. Hier sehe ich Fuji. Okay, ja, ja, klar. Dann können wir sie nach oben jagen. Ja. Nein. Was hast du getan, Alter? Minimale Verfehlung. Ja, ich wollte Satanist getten und dann hätte ich Uktu getten. Ja, warte, warte, ich könnte eventuell ... Ach, komm, ich mach den einfach platt, so sieht's aus. Da unten kommt ... Oh, er kommt dir ziemlich nah. Ich rette dich mal kurz. Das ist natürlich echt geil, wenn man sich gegenseitig echt so abchillen kann hier. Dankeschön. Warte, fieb mich, warte. Gleich, gleich, warte. Ich flieg kurz unter dich. So, jetzt fieb mich mal nach oben. Oh, Player kommt. Nee, nee, warte, warte. Player kommt erst mal. Der will was von mir. Und das ist nichts Gutes, was er möchte. Doch, warte, dann esse ich dein ... Wenn du mich feedest, dann esse ich deinen kleinen Teil und feed deinen großen wieder hoch. Weil sonst bist du so anfällig. Weißt du, was ich meine? Warte mal, warte mal. Na, mit 2 ist gar nicht so schlecht. Ich muss bloß Player 3 losen. Ja, okay, okay. Jetzt können wir ganz gechillt machen. Jetzt könnte ich dich wieder feeden. Ja, warte, feed mich mal ein bisschen. Warte, Cleo, Mensch. Ah, egal, passt schon. Ja, egal, feed mich trotzdem. Ich hab dir ja meinen kleinen Teil gegeben, bestimmt. Feed mich mal wieder so auf 100 ... Warte, ich will Player haben. Ah, so ein Sack. Komm doch her. Bleib hier. Du hast ihn nicht bekommen. Doch. Warte. Du musst irgendwie ... Oh, shit. Okay, nice. Oh, PSG. Ich hab halt echt noch ... Momentan noch ... Oh, nee. Pisschen. Ja, PSG, den knallen wir. Oh, Steam. Kommt da oben auch noch. Ja, Steam ist egal. Oh, die 8. Verpiss dich von da, geh da runter. Okay, aufgehend. Ja, aber PSG, den würde ich gerne trotzdem noch naschen. Oh. Oh, was war das? Was war das, bitte? Kann ich mich selber feeden? Nee, wa? Nee, nee, nee. Wenn, dann muss ich kommen und deinen kleinen Teil lassen. Nee, nee, nee. Alles cool, alles cool. Da bist du ... Oh, yo. Oh, Multinoles. Warte mal. Doch, vorbei, warte mal. Geh mal, guck mal. Pass mal auf. Warte. Nee. Peace, she's da. Er will dich wieder. Er will dich wieder. Da wurde eben jemand gesplittet. Ja, ja, genau. Lass uns da hingehen. Ich weiß nicht, ob der groß oder klein war, aber der scheint schon wieder weg zu sein. Egal, viele mich mal ganz kurz ein bisschen. Bleib mal kurz ein bisschen stehen. Oh, ja, egal. Passt schon. Dann bist du wieder eins. Passt. Nee, nee, nicht fieden jetzt. Ich wollte nur deinen kleinen Teil essen und dann dir einfach den ganzen Teil wieder wegfieden. Oh, hier. Die können wir alle kesseln. Oh, yes. Ja, also wie gesagt, so in zwei Teile, das ist schon vollkommen in Ordnung. Alles andere ist wirklich nur eine ... Oh, was geht denn da ab? Oh, die Acht. Oh, 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 nein. Nein, 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 weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Aber ich bin schneller als er, als Player. Ja, ja, aber die Acht ist noch, aber die wird sich nicht nochmal teilen, ja. Nee, die Acht wird sich nicht nochmal, die Gefahr ist einfach viel zu gut. Links, links, du musst nach links jetzt, sonst habe ich ein Problem. Ja, warte mal, spreader mir einfach einmal zu, spreader mir kurz einmal zu. Warte, 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 warte. Ja, fuck, Mann. Ja? Ich bin auf Nummer sicher gegangen. Ich habe mir gedacht, ey, komm, lieber ein bisschen was als gar nichts. Das wird eine enge Kiste. Alter, ich sehe dich. Alter, das ist richtig eng bei dir. Fly. Alter, ist das richtig übel eng. Go, go, ja. Warte, ich eate gleich deinen kleinen Teil und feede dich weg. Okay. Oh, nee, sorry, wird zu tricky für mich. Sophie, warum? Du bist schneller, wenn du kleiner bist. Ja, klar. Und du, oh, komm. Okay, 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 okay. Nice, läuft, läuft auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nach oben irgendwie weg. Fick mir mal eins zu eins nur. Ein einziges. Warte. Die Acht, die Acht, wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Wir sind so, wir sind am Arsch. Du. Die wird sich, nein, nein, jetzt sind wir bei. Nein, nein, jetzt sind wir bei. Nein, 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 eins. Nein. Du bist auch am Arsch. Du bist eingekesselt. Ja. Ich seh's. Ja, beide. Warte, ich kann aber in der Mitte durch. Yeah. Oh. Alter. Alter, ich. Das hat mir ein Abonnent mal gesagt. Ich bin in der Mitte durch ihn durch. Zwischendurch die zwei, zwischen die zwei Teile, weil dann keins von den beiden Teilen dich bis zur Hälfte hat. Genau, genau. Oh, richtig nice. Oh, das war, also an den Abonnenten, der mir das gesagt hat, vielen Dank. Wo bist du? Oh, das möchte ich jetzt nicht verraten. Nee, immer noch rechts oben. Oh, das möchte ich jetzt nicht verraten. Oh, aber ziemlich geil. Also diese Runde geht auf jeden Fall richtig gut ab. Alter, die sind hier aber auch echt gut. Warte, warte, warte. Oh, shit. Wo bist du? Ja. Oh. Ja. Nein. Fuck, ich hab's ganz knapp verkackt, Mann. Egal. Bist du was bekommen? So, wo bist du? Ich bin immer noch relativ oben rechts. Okay, ich komme. Aber ganz oben rechts ist auch kacke, weil da auch gerade viele abhängen. Komm, so Mitte rechts einfach. Ja, genau. Mitte, Mitte, genau. Ja, ja, Mitte rechts oben. Ja. Oh, nein. Norwegen, Norwegen, Norwegen. Es mehr, es mehr, es mehr. Du darfst dich nicht wegen Mitte hin. Sehst du einen, der heißt Nicker mit einer Eins? Nee, ich seh jetzt momentan gar keinen. Okay. Jetzt seh ich Sookas. Also ich bin jetzt ganz rechts und flieg Richtung oben. Okay. Oh, er hat mich gefeated, cool. Das fand ich gut. Franz ist hier. Oh, Prenis hat sich gesplittet, aber zur falschen Time. Oh, hier ist Bait, aber egal. Da ist Spain, da ist Joe. Ich gehe auch wieder rechts hoch ein bisschen. Ja, jetzt noch, ich gehe gerade nach unten, weil Spain und so da sind. Oh, 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 was? Magic Banana, ey, nein. Die Magic Banana hast du da normalerweise, oder? Ja, die ist wirklich Magic, aber... Ey, schon wieder gefeated. Also gerade läuft es nicht, sorry, aber irgendwie... Nee, bei mir läuft es, also ich kann mich nicht beklagen. Ich komme gerade auf keine Größe. Was machen die denn gerade hier? Oh, ey, Player 3 läuft bei ihm richtig gut. Alter, die eskalieren hier gerade ein bisschen. Die zwei... Oh, Mann, das gibt es doch nicht. Äh, PSG ist schneller als ich, aber größer. Ah, oh, nee, dann muss der sich gerade gesplittet haben. Ja? Oh, danke. Diese Chicken Nuggets hier sind auch nicht Käse. Das war richtig, das ist besonders. Nice. Danke. Na, du kommst. Ja, ich bin gerade am Recorden. Oh, PSG wurde komplett gesplittet. Aber richtig. Die volle Packung. Wo bist denn du? Boah, ich war der... Der Gewinner der Aktion. Wo bist denn du? Trotzdem. Oh, 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 oh. Gleich, warte. Äh, ich würde sagen, links Mitte. Also fast Mitte. Also links jetzt. Also eher Mitte so. Boah, sehr geil. Boah, ich bin aber immer noch bei 705. Also größer. Also ich war sozusagen schon mal größer heute. Ich bin jetzt Susa Banan. Den würde ich jetzt gerne nehmen. Aber wenn ich mich splitte, kriege ich ihn nicht mehr. Nee. Ich komme jetzt eigentlich auch gerade Richtung links. Ja, genau, genau. Lass mal links chillen. Äh. Die teamen doch 100 pro auch, oder nicht? Ich überlege. Nee, der ist mir zu klein. Lass doch einfach mal oben bei GPS-Koordinaten eingeben. Wo wir uns treffen. Naja, lass einfach links oben und fertig. Ja, nee, links oben ist für mich gerade ein bisschen unmöglich. Wobei doch, jetzt kann es gehen. Ist impossible. Oh, hier. Oh, sehr geil. Oh, schön. Ich, ich mag das. Wenn wirklich so ein Split-Vorgang eins zu eins durchgeht. Fuck. Oh, fuck. Da ist Waske. Oh, fuck. Was? Jetzt ist hier auch noch der CIA. Oh, fuck, man. Oh, nein. Nein, nein. Please. Please let go. Oh, Satanist. Oh, Satanist hat's auf Tash. Also, ich bin jetzt oben links, so gut wie, glaube ich. Ja, ich auch, so gut wie, aber ich werde eingekästelt. Lass mich doch in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Tot? Nee, noch nicht. Jetzt hat er sich gesplittet. Und jetzt möchte ich wieder in der Mitte diesen... Ja. Ja, da. Special Power Move. Yeah. YouTube-Partnerkräfte. YouTube-Partnerkräfte. Ja, genau. Oh, wenn er sich splitten würde, wäre ich eventuell direkt... Directly into the Hintern. Alter, geht das heute ab hier. Ist das... Und das zu zweit. Da kommt CIA. Fuck. Es geht ab. Wir haben zwar noch keine große Größe, aber es geht... Aber es geht richtig ab. Da drüben. Erlind. Fuck. Oh, Alter, es leckt hier auch gerade momentan so ein bisschen. Wo müssen du jetzt hin? Runter. Ich bin noch runter weiter. Oh, die fieden sich gegenseitig wieder übel. In a tash. Ja, mir aber auch. Ich komme auch gerade. Team CIA. Ich überlege gerade, ob ich mich nochmal splitter, weil er ist zu weit weg. Da ist diese Axe. Genau. Jetzt hier, hier, hier. Hackers Pussy. Zieh den ab. Teil dich. Ja, genau. Sehr gut gemacht. Runter, 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 runter. Mh, mh. Okay, dann gehe ich hoch. Ich muss oben drüber. Okay, dann gehe ich auch. Nein, nicht du. Warum gehst du jetzt auch oben drüber? Wir hätten uns doch... Oh, er hat sich gesplittert. Ja, kann dich trotzdem eaten. Oh, ich will den haben. Geh weg. Oh, du bist so ein Sack. Fiede meinen, mir ich wieder voll. Ja, 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 gleich. Warte. Fiede mich auf 400 wieder. Warte, bitte. Ja, kriegst du. Oh, hier, sie... Ah, die fieden sich wieder gegenseitig. Ja, genau. Genau. Du würdest noch mehr durchs Grüne gehen sollen. Egal. Ho, ho, ho. Geh, 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 geh. Jaja, ich gehe schon. Alter, der wollte uns gerade richtig... Nein. Och, Mann. Weil du mich nicht gefeedet hast. Und er sich jetzt für mich split an. Wie er ganz gechillt noch nebenbei ist. Du schuldest mir jetzt... Ja, ich... Doch, ja, das könnte schon sein, dass ich dich ein bisschen... ...bisschen aufpushen darf, ja. Boah, geil, 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 geil. Er hat sich richtig... Er hat sich gerade richtig gespreadert. Du bist auf der anderen Seite von was, oder? Weiß ich nicht. Wo bist du? Weiß ich nicht. Oh nein, ich bin weg. Was? Aber es war sehr gut. Es war sehr gut. Es hat Stil. Was? Oh, unten rechts. Ne, wir treffen uns jetzt mal bei Koordinaten. Und zwar bei... Ich weiß doch... Ich weiß doch gar nicht, wo die Koordinaten sind, Mann. Ich hab doch keinen Mod... Achso, stimmt, ja. Dann unten links wieder. Unten links, okay. Digga, wir müssen mal wieder auf so eine beachtliche Größe kommen. Also ganz ehrlich, die... Ja, klar, hast du schon recht. Aber ganz ehrlich, das war wirklich schon auf hohem Niveau... Also ich fand's einfach entertaining pur. Es waren richtig knappe Kisten. Ich bin mehrfach durch zwei größere durch in der Mitte. Das fand ich schon ziemlich geil. Da ging mir schon ziemlich der Stift. Jetzt bin ich wieder gekidnappt worden. So, hier wird... Hier seht ihr jetzt gerade eine Mega-Symbiose. Ja, läuft. Bei uns. Oh, fuck. Ey, Mann, ohne Spaß. Was ist das denn für eine Scheiß-Teamerei? Obwohl wir Teamen auch, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ja. Wir können's aber nicht. Deswegen fällt's nicht so auf. Big Pro 2. Gucken wir mal, was hier geht. Boah, die Chicken-Nuggets sehe ich gerade. Eitel erinnert mich übel an Abu Dhabi. Ja, genauso wie mich das alles heute an den Wald erinnert hat, Junge. Der ist so krass, Alter. Das muss man bringen. Was? Das zu essen, Alter. Das ist total komisch, ey. Wie im Wald riecht das? Ich seh auch Rinde. Ja, schon. Klar, aber es ist krass, als wärst du im Wald. Übel. Boah, Alter, die sind echt gut. Die sind wirklich gut. Ruzio, komm mal her. Fiege mich, fiege mich. Ja, warte, 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 warte. Ja, stopp, warte. Fiege mich. Ja, egal. Egal, egal. Jetzt hab ich nämlich Germany ge-eatet. Ja, sehr gut. Okay, komm. Komm wieder nach unten links, dann kann ich die übel-harte Masse getten. Wie hart, Alter. Bäm. Ah, das ist schon ziemlich geil. Hier, hier, jetzt probier ich's wieder. Ah, ne, auch. Ja, scheiße. Ich war ein bisschen zu klein. Und wollte einen auf übelsten Turboswagger machen. Und, äh, ja, gehe durch. Und wie du's halt gesagt hast, ich war halt mehr als 50% bedeckt von einer Kugel. Und zack, war ich weg. Das hatte ich leider vergessen. Also, man sollte dann schon von der Masse her schon relativ groß sein. Bevor man das dann bringt. Aber du müsstest so schnell zu mir kommen. Ja, okay. Wir können grad so einen eaten, Alter. Wir sind links. Komm schnell nach links. Okay, ich bin gleich da. Also, ich bin schon komplett unten. Komm hoch, bitte schnell. Beeil dich um dein Leben. Ich denke, runter. Oh, ich wurde ge-eatet von einem neuen Gag. Komm bitte schnell, Mann. Gleiches zu Ende. Gleiches zu spät. Ich bin ja nur 14 Dinger hier. Ja, das wird aber reichen, um's zu getten. Okay, dann ist ja eine ganz knappe Kiste. Ich fiel vor Obama. Es wären grad 200 Masse for free gewesen. Einer war auf K. Ja, das wär's ziemlich geil gewesen. Das muss ich dir recht geben. Aber mir hat halt einfach ein bisschen was gefehlt. Gefehlt manchmal ein bisschen was. Oh, was? Hä? Was? Mr. WTF, Alter. WTF? Och, Mann! Äh, ich, ich, äh, ja, ich ziehe aus dieser Reaktion die Schlussfolgerung, dass du tot bist. Ja, das war, das war unlogisch wie Scheiße. Scheiße ist aber ziemlich logisch, Junge. Das ist ein Stoffwechsel-Endprodukt. Hahaha. Es gibt nichts Logerisches, Alter. Oder logisch. Logerisch. Hahaha. Ja, genau. Japan! Japan hat sich gesplittet. Und jetzt würde ich ihn gerne... Eaten! Eat. Entschuldigung, wir haben ja auch 200 Masse. Achso, ja, genau. Du bist ein kleiner Vogel, Junge. Oh, aber auf dem iPad zocken, das macht gar keinen Bock. Wie du es mir einfach immer sagst, wenn du es kannst. Ja, ich will es ja nur nochmal sagen, mein Junge. Das hat total nicht angeschockt, ey. Und ich dachte auch, oh, vielleicht wäre das so die perfekte Kombi, aber das macht sich mit der Maus schon echt am besten. Ja, vor allem hast du einfach nicht dieses Teamplay irgendwie. Ja! Nein! Oh, jetzt! Oh! Huh! 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 Junge! Don't do that to me! Oh, was? Nein! Nein! Warum schreibt man David mit W? Egal. Huh! Muss ich nicht wissen. Kann das sein. Heavy TF. Hm. Oh, jetzt kommt Japan an wieder. Ne, 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 ne. Du bleib mal bitte weg von mir, ey. Du hättest zuvor kommen müssen. Geh mal weg, Japan. Jetzt will ich dich nicht mehr. Ich muss für morgen noch eine Folge COC aufnehmen. Aha. Kann passieren. Wär's mit, wie wär's mit, wie wär's mit, äh, scheiß mit, was, was könnt ich denn mal recorden? Wo bist du? Ganz oben links. Ganz oben links, okay, dann komm ich jetzt. Ich hab immerhin 200 Masse. Ja, ich hab 100. Also ich würd mal sagen, 5000 wäre Ziel für heute, oder? Ja, so was wirklich Fettes wär halt einfach mal cool, dann könnte ich wieder, äh, auch für mich wieder ein Agario-Video aufnehmen. Auf meinem Kanal kommen nämlich nur Europäer-Gario-Videos. Ach so, ja, genau. Ja, plus 21.000 Masse in drei Sekunden. Da bist du. Ach, da bist du, ja, genau. Hey, was geht denn, oh, was geht denn hier ab, Alter? Was ist denn hier für eine Eskalation, bitte? Ich bin mittendrin. Ich glaub, du bist tot. Du sollst nicht immer so einen Scheiß reden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, die denken bestimmt auch die Nachbarn, die denken alle, oh. Ah, und er kommt auch noch mitten aus dem Sturm raus. Was? Tja, das war wohl leider nix, ey. Da hatte ich den Sturm noch leicht am Arsch gekriegt. Ey, Mann. Ich bin nur der kleine Gusua. Nein, Jay, bleib bitte da. Tu mir das bitte nicht an. Oh, warum ist hier denn schon wieder das Spielfeld zu Ende? Oh, das ist, das ist, nein. Hä? Wird der ESP denn? Was? Ey, Gusua, weißt du noch diese Wettel, dass ich vielleicht 7K erreiche? Ja. Ich krieg bis morgen 7K. Das ist gut. Aber ich verstehe gar nicht, wie. Ich hab auf einmal jetzt gerade 6900 Subs. Ja, hast du welche gebottet? Ganz klar. Ich botte immer. Werde ich gleich erstmal Bescheid geben. Bei wem? Bei YouTube. Bot. Natürlich, Alter. Mein Freund bottet. Boom. Oh, ja. Ey, Nieland, Alter. X Nieland. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich bin doch fast gleich groß, Junge. Versteh die Situation noch, bitte. Du schmatzt. Das nervt meine Abonnenten. Oh. Spaß. HGP, ja, genau. Von denen würde ich auch gern mal ein Auto getunt haben, Junge. Von wem? Von HGP. Kann Skarold Powers, oder was? Nee, ich glaube, die haben einfach mal ein 6er Golf mit 750 PS. Echt? Ja, läuft bei denen. Hab ich aber auch. Ja, genau. In GTA. Richtig, in Golf. Ja, hab ich halt wirklich. Ach so, läuft bei dir. Ja, ja. Ich hab eh, Digga, Guzo, ich hab eh übel die OP-Karren jetzt in GTA. Müssen wir eigentlich auch mal wieder spielen. Ja, die Sache, du weißt ja selber, Zeit ist ja immer das Problem. Leute, ich versteh das eh nicht. Der Guzo, immer wenn der zu Hause ist, dann macht der nix am PC. Ja, richtig. Weil ich, oh, ich hab mich übel gesplittet. Sondern Leute, dann macht er was mit seiner Familie. Ja, richtig. Nee, das hat nix mit dumm zu tun. Ich, ich bin 10 Teile. Und alle, oh, wie sie alle übelst auf mich abgehen wollen. Ey, hallo. Und wisst ihr was? Dem Guzo ist seine Familie einfach wichtiger als YouTube. Das finde ich geht gar nicht gleich. Gleich mal ein Dislike, was? Ich kann mich echt gar nicht vergessen. Ja, jetzt ess mich doch komplett auf. Ja, dann kannst du das letzte bisschen auch noch vernaschen. Alter, so ein, genau da, Anti. Genau, so ein Anti, ey. Oh. Nee, echt. Hier, komm, ich probier's. Ich bin einfach der Risky Boy, ja, direkt zwischendurch. Ich bin's. Hast du jetzt schon Alterschrift Clans-Folgen eigentlich durch? Oder musst du noch mehr aufnehmen? Na, ich habe jetzt einen Bogencheck und ich habe ein Meeting gemacht heute. Meeting? Ja, ich habe einen Clan erstellt. Dann durften wieder alle vorbeikommen, durften gecheckt werden und konnten Raids posten. Ja, ich mach das. Ich bin nämlich aktiv mit meinen Abonnenten zu Gange. Ja, ich auch. Ach so, genau. Hä? Willst du mich verarschen? Ich antworte so gut wie auf jedes Kommentar. Machst du das? Nee. Ja! Ja! Stopp, stopp, stopp. Nein, das Problem ist aber wirklich halt die Sache, die, ähm... Dass du zu viele bekommst. Rela. Nö, nein, nein, das ist, das ist Quatsch. Das wäre gelogen. Ähm, nein, es geht darum, äh, dass ich ja sonst nicht am Rechner bin. Und übers Handy kann, es ist halt wirklich so, leider, ähm, ähm, du kriegst eine Mail vom iPhone her, kriegst eine Mail, bla bla, hier, der hat geschrieben, und sobald du sagst, hier, ich will kommentieren oder anschauen, öffnet der die ganz normale YouTube-App. Und somit kannst du nicht zurückschreiben. Und das nervt natürlich ein bisschen sehr hart. Ja, doch, man kann bei YouTube-App zurückschreiben. Bei der YouTube-App kannst du zum Beispiel auf die Kommentare antworten im iPad. Ja, aber mit dem Handy geht's bei mir nicht. Oh. Sonst würde ich das die ganze Zeit machen. Hey, ich fang, äh, gerade auch mit COC auf YouTube an und wäre cool, wenn ihr mal was miteinander auf... Was? Hey, ich fang gerade auch mit COC auf YouTube an und wäre cool. Und wäre cool. Also, er wäre cool, wenn wir mal was miteinander aufnehmen könnten. Muss ja nicht heute auch... Muss ja nicht heute auch morgen sein, wenn du Zeit und natürlich Lust hast. Du hast keine Zeit und Lust hast du schon gar nicht. Muss ja nicht heute auch morgen sein, wenn du Zeit und natürlich Lust hast. Würde mich freuen, wenn du mich in Skype adden würdest. Ey, Leute, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht abgehoben, aber vielleicht erst mal Rechtschreibung. Und mehr als nur ein Intro auf seinem Kanal haben. Ah, okay, ja, das ist natürlich ein No-Go. Das stimmt. Sorry, my friend. Oh, ich finde es eigentlich total schade, dass Maxl nichts mehr macht. Ja, was ist eigentlich mit dem passiert? Der hat auf einmal 100 Euro donatet und dann hat er sich verpasst. Ja, nee, nee, das ist ja wirklich so gewesen. Also, ist ja nicht böse gemeint. Ja, ja, klar. Also, ihm wurde ja was donatet und zack, war er weg. Und fand ich schade, weil er ja nur wirklich... Er hat ja nur Mörder-Content. Ja, ja, das stimmt schon. Oh, ich habe schon wieder 300 Punkte. Wie viel hast du? Oh, ich habe hier so ein Abonnent. Das ist richtig lustig. Der schreibt mir die ganze Zeit so tolle Kommentare. Anti-Two-Star? Was soll das sein? Es gibt keine Anti-Two-Star-Base. Und dann noch der Satz, dass er einen mit drei Sternen noch geplättet wird, ist absoluter Bullshit. Versuch du mal, eine Maxed-Out-Base mit drei Sternen zu zerstören. Ich habe zwar nie gesagt, dass ich das kann, aber die in Gnadenlos... Du bist ja da auch oft in Gnadenlos wahrscheinlich drin, wusste ich nicht. Und deshalb weißt du ja auch immer, wie die Clan-Kriege bei denen immer aussehen. So ein Bullshit. Ich verstehe sowas nicht, aber egal. Du verstehst viele Sachen nicht. Du bist einfach ein bisschen beschränkt. Also ich habe ja hier meinen Bachelor, aber okay. Haha, ja genau. Wie alt warst du noch gleich? 15? Ja, ich weiß. Ich bin hochgegangen. Haha, so. Ja, genau. Immer schön tief stapeln. Frage mit, was nimmst du auf? Schneidest du? Ja, das habe ich im Video beantwortet. Wisst ihr was? Ich habe ja ein FAQ gemacht, gell? Und dann habe ich halt so gesagt, wenn ihr noch Fragen habt... Und alle Fragen habe ich im Video beantwortet, die in den Kommentaren da noch standen. Erst mal das Video schauen. Aber ich verstehe es nicht. Kann das sein, dass du gar nicht mehr Agarie spielst? Nee, gerade nicht, nee. Oh, du bist so ein Tronno, Alter. Und ich such dich. Ja, ich stelle auch für gerade die ganze Zeit das selben. Stimmt, was war jetzt eigentlich mit dem? Mit wem? Vor acht Monaten mit Maxal, ja. Nichts mehr. Nee, ich habe ja kontaktiert mit ihm gehabt. Und er sagte halt, naja, passt gerade nicht und so. Und dann hat sich das erledigt gehabt. Schade halt. Also, weil er halt wirklich guten Content hatte halt. Und er ging ja auch gut durch die Decke, so ist es ja nicht. Ja, bei ihm liebst du es schon auch ganz gut. Ja, auf jeden. Weißt du, was ich immer gedacht habe? Nein. Das Rampless 6k Abus hatte. Nee, der hatte 2,8k, Junge. Lol. Echt? Ja. Ich dachte immer, der wäre... Okay, lol. Ich habe in den Fähnen jetzt wieder Zeit. Ich fange auch wieder an zu zocken. CSGO und so. Dann geht es auf die Seax Games los, Junge. Der CSGO-Skiller-DMG-Codebag, Alter. Tintenfisch 3, Junge, Tintenfisch 3. Man kann sie einfach mal bei Agario Tintenfisch 3 nennen. Bestimmt bei Ena, als ich schon Tintenfisch 2 genannt hatte oder so. Jamming to top 200, Pünktchen, Pünktchen, easy. Was hat er denn alles für Videos hochgeladen gehabt? Hä, aber was ist wirklich mit dem passiert, verstehe ich echt nicht. Nee, na, er hatte halt eben keine Zeit mehr. Aber inwiefern keine Zeit mehr? Na, zum YouTube-Money machen. Nee, hä, ich verstehe es echt nicht. Aber YouTube... Also ich... Leute, ohne Spaß jetzt. Jetzt ganz ohne Spaß. Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, verstehe ich nicht. Leute, wie kann man denn keine Zeit haben als Jugendlicher? Also null Zeit. Naja, es ist ja nun nicht so. Jetzt kommen wir wieder zu einem Let's Talk, wa? Es ist ja nun nicht so, dass es... Das ist ja halt nur mit dem Video selber, weißt du ja selber. Das ist ja nicht geschehen. Ja, ich weiß. So, und von daher steht ja doch schon eine Menge im Raum. Aber du hast... Irgendwo hast du schon recht. Dann bringt man halt weniger, okay. Ich meine, wie ihr sagt hier, so zwei Videos am Tag ist schon abnormal. Das ist schon klar. Aber es zeigt doch einfach, in welche Richtung man gehen möchte. Möchte man halt größer werden? Oder möchte man halt sagen, gut, okay, ich biete halt... Mein aim ist blooded, fertig. Ich biete halt einen gewissen Content. Und da gibt es halt nicht mehr und fertig. Kann man ja genauso sagen, logisch. Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Noch nicht viel, aber das soll es jetzt erstmal. Genau, dann, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr sagt, die besten Stücke werden rausgeschnitten. Aber ihr habt es ja nicht längst gesehen. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.